Ich muss immer wieder zur Kontrolle meines Herzens des CCP kommen. Aber das tue ich gern, denn hier habe ich so viele Freunde bekommen und fühle mich richtig gut aufgewogen. Das zentrale Anliegen des CCP ist eine patientenzentrierte, spitzenmedizinische Versorgung, akut und chronisch schwerkranker Schwangerer, Kinder und Jugendlicher, vom Ungeborenen bis zum jungen Erwachsenen, im interdisziplinären Zusammenspiel verschiedenster Spezialisten und Berufsgruppen.